Ja, piece of cake. Ha. Entering Hollywood. Wiesig. Mach mal ein bisschen leiser. Haha, so. Oh. Boom, boom, boom. Oh, eb. Das ist ja mal... Da kann ich ja wieder... Das ist ja mal richtig geil. Das ist ja schon mal ein richtig geiler Bug. Jetzt hängt's plötzlich. Ich weiß nicht warum, obwohl das ein jahrhunderte altes Spiel ist, denke ich mal. So, hier gibt's bestimmt noch andere Möglichkeiten hier was einzusammeln. Perfekt. Ich liebe das Spiel gerade auch. Also die Auflösung finde ich echt ganz schön. Und so, also... Ich finde die wirklich dafür, dass sie, glaube ich, wirklich ein ziemlich alt ist. Richtig geil. Uh! Also, man merkt vielleicht, dass ich Egoshooter überhaupt nicht gut kann. Also, sehr schlecht. Vielleicht ist schon ein... Da ist das ein... ... nettes Mord dafür. Für mich. Wenn ihr seht. So geht das. Ich hab den gerade so im Sprung... ... platt gemacht. Der ist noch echt schade. Brutal zu spiel. Oh, fuck. Nee, jetzt muss ich aber echt zurück. Wo ist der? Oh, oh, oh. Meine Fresse. Jetzt muss ich aber echt aufpassen. So, ich hab jetzt nur noch 5 und 3 mal... Kuss. Ist das nicht geil? Ja, was kann ich gut gebrauchen? Ha, ha, ha. Oh. Kann ich denn so erschießen? Nee. Kann ich den Headshot geben? Anscheinend schon. Hier. Oh. Da ist jemand. Äh. Oh. Super Night. Eigentlich macht man das nicht, aber es geht nicht anders. Super Night. Bro. Oh, nee. Da war glaube ich gerade was. So, wovit ich mich erinnere. Das Spiel ist so verdammt geil. Boah. Erotisch. Einmal hier. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Nochmal da. Und schon ist sie tot. Explodiert. Könnte man schon sagen. Oh. Ach, das ist ja... Das ist ja mal geil, dass ich das hier sehen kann. Kann ich hier lang? Kann ich hier lang? Oh, fach. Oh. So. Oh yeah. Das gefällt mich. Äh, mir aber nicht mehr. So. Irgendwo muss ich was lang können. Erstmal hier. Kaboom. So. Oh. Wo ist das denn? Wo muss ich erstmal hin? Ach so. Ach so. Ja, die... Groovy. Groovy. Zündig auf die Toilette. Zündig auf die Toilette. Zündig auf die Toilette. Oh. Oh. Das ist... Das ist... Das kann jetzt ein bisschen falsch interpretiert werden. Ich liebe diesen Tritt. Ich liebe diesen Tritt. Tritt im Schritt. Ne. Hehehehe. Hehehehe. So, hier. Die Karte haben wir ja jetzt, deshalb gehen wir erstmal schön hier rein. Oh. 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 Alter. Wo kommt dieser Spasti her? Oh. 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 Alter. So, liebe Freunde. Dann seh' ich euch hoffentlich bei der nächsten Folge an Nvidia New Film oder bei der nächsten Minigame. Ich weiß noch nicht. Nein, also, das hier wird jetzt mein zweites Minigame sein oder mein drittes. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das als Pain soll. Schreibt's hier mal in die Kommentare oder wo auch immer. Aber schreibt's in die Kommentare, ob ich das alles richtig Let's Play machen soll oder einfach mal so aus Fun. Beides vielleicht auch. Und ja, wie es euch gefallen hat, würde ich auch gerne wissen. Das könnt ihr auch gerne in Form eines Likes, eines Teils, eines Teils, was auch immer. Oder mit einem guten Kommentar oder was auch immer. Oder einem Abonnenten zeigen. Das wäre natürlich sehr cool. Also einem Abonnenten mehr. Auf jeden Fall würde ich mich sehr darüber freuen und ich hoffe, ich sehe es beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.